Musik Degler Exklusiv in der Innsbrucker Arnistraße, die neueste Adresse für perfektes Hairdesign aus dem Hause Degler Hair Art. Im Herzen der Stadt gelegen, sorgt Friseurmeister Markus mit seinem Team für Wohlbefinden rund um Styling. Degler Exklusiv löst als Traditionsbetrieb einen anderen Traditionsbetrieb ab. Mit dem Ziel, seinen Kundinnen durch ein exklusives Ambiente den Friseurbesuch zu versüßen, will Degler Exklusiv das Andenken an die Firma Dala bewahren. Für Wolfgang Luntzer und Werner Degler ist Degler Exklusiv der vierte Salon unter ihrer Führung. Das Degler Hair Art Team setzt den Degler Exklusiv auf gediegenes Ambiente und den Zeitgeist der 30er Jahre, gepaart mit moderner Wellness-Waschanlage und Lichttherapie für absolutes Wohlbefinden der Kunden. Degler Exklusiv hat für seine Kunden am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 10 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter degler.at Musik 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 Musik